ist so weiter auskennen okay wir sind hier auf die umstehen geblieben oder in diesem gebiet hier genauer Tee haben gerade erkundet die Klingel machten die übliche Linden das mit den Maxel A das Geräte ist ein Mittel Dieses Spiel langweilt mich. Für das andere brauche ich ja eh Iridium, ne? Dann kann ich doch jetzt eigentlich schon mal Platinum-Sachen kaufen. Bevor mir das hier gleich voll wird. Oh, ganz viel Iridium. Das kann ich gebrauchen. Hä? Wo waren das jetzt? Ich scheiße. Ja, Leon, bist du? Hä? Wo waren das jetzt? Hä? Hä? What the hell? Oh, da. Okay. Starte Sonde. Okay. Wisst ihr, wie viel Iridium wir haben? Wir haben schon over 9000! Iridium. Oh, da war ganz viel. Ach, ich kann nicht widerstehen, Leute. Tut mir leid. It's over 9000! Sonde gestartet. Na, die Platin. Äh, lol. Rufst du alles gerne ausgemacht. Niedrig ist schon gar nichts mehr. Ne, okay. Bestimmt hört ihr meine Maus hier. Willst du über das Mauspad schleifen? Wenn ich das nochmal mache. Das, oh. Ups. Das wollte ich nicht. Obwohl doch. Das wollte ich. Das wollte ich. Das wollte ich. Ich kann mir schon mal Platinum... Platinum, Platinum-Sachen kaufen. Palladium. Weil... Oh, ich geh immer falsch, ey. Mann. Weil, bevor ich davon die maximale Dings erreiche und dann alles umsonst farme, kaufe ich lieber. Mal gucken. Schiffverbesserungen sind am wichtigsten. Palladium. Okay. Kanone-Tanix. Oh, einer, man braucht so viel. Okay, was nehme ich? Die kann ich mir schon mal kaufen. Weil, das ist eh Platinum. Das muss ich mich entscheiden. Die Silo-Expanserung der Asari, Asari, wurde als Upgrade an der Außenstruktur des Schiffs angebracht. Sie hält den Schiff zusammen, auch wenn es ein Treffer einsteckt, der seine Steine normalerweise durchdringen würde. Rassale, der Schäde der Zyklonische, Zyklonische Barriere-Technologie. Damit müsste das Schiff Treffer wie jeden überstehen, der die erste Nummer nicht zu spürt hat. Boah. Was bringt es mehr? Werden wir eh beide kaufen, deswegen kaufen wir erstmal die Schwere Schiffspanserung. Okay, wovon habe ich noch ganz viel. Also, Iridium muss ich erstmal sparen. Oh, ne, ich kann ja noch nicht das Nächste kommen. Okay. Ich kann aber gucken, ob ich mir noch was kaufen kann. Ja. Die kosten ja alle nicht so viel. Iridium werde ich brauchen, das geht nicht. Die sind erstmal nicht so wichtig. Schiffsverbesserungen sind echt von ganz großer Bedeutung. Aber auch die werde ich ein bisschen upgraden, weil, ne. Biotische Schaden, Medi-Kapazität, Schadenschutz. Schadenschutz. Hm. Na komm. Man ist nur einmal jung. Zack. Alles klar. Pans-Upgrade. Alter, ich bin so verwirrt. Ich kenne ja den Aufbau des Schiffs eigentlich. Aber irgendwie frechse ich immer das Tech-Labor mit diesem Raum hier. Die sehen sie ähnlich. Mit dem, was ist denn das? Die Waffenkammer. Voll die Waffenkammer, ey. Ich schür und so. Gut. Next Planet. Äh, Uhr. Was sagt denn die Uhr? Ich muss kann mal ausrechnen. Drei. Also, man muss noch knapp zehn Minuten haben. Das ist gut. Ja, die Parts werden jetzt ein bisschen langweiliger. Können sie zur Not überspringen, wenn ihr wollt. Passiert nix. Ich werde die Reaper... Äh, Mann. Die Selbstmord-Missionen eh erst nicht mitten im Part starten, sondern wirklich erst am Anfang eines nächsten Parts, glaube ich. Die Kruste von Bergergle. Okay. Ich habe alles wieder aufgebraucht hier. Äh, ist das alles schrecklich. Das Spiel ist schlecht. Nein, ist es nicht. Aber hat es gesagt? Keine Ahnung. Zack. Sonde unterwegs. Iridium. Jetzt haben wir sogar über... Stand 1000. Sogar 11.000. Oh. 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 Sonde gestartet. Ich frage mich, ob es das auch gibt, wenn das beides so hoch ist. Das ist ja mal witzig. Also, äh, beide sind schon alle vier, ob es das wohl gibt. Das war mal bei allen vieren. Startes Sonde. So ganz viel hat und das dann so richtig cool aussieht. Iridium. Fast können wir uns das andere kaufen. Der andere hat gesagt, ich soll das machen. Gut. Der andere. Nein, der. Der, der, der. Ach, hier. Also, ich bin jetzt einfach mal German Viewer. Ich starte Sonde. Viewer. Viewer. W-V-I-E-W-E-R. Ähm, da ist noch... Oh, oh. Da war es gerade ganz hoch. Sonde gestartet. Palladium. Alles klar. Oh, noch mehr Palladium. Noch mehr, ganz viel. Äh. Ey, wie ist das, was ich mal aus den Augen verliere, ey? Das ist ja schrecklich. So, da war es. Zack. Sonde gestartet. Ihr müsst wissen, ich achte immer nur rechts auf dieses Scanner da. Ich achte gar nicht darauf, wo das Ding überhaupt ist. Ich kann es so leicht mit dem linken Auge noch sehen, ne? Aber mehr dann auch nicht. So. Ah. Ah, 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 ah. Ah. Der ist sehr reich an Palladium. So. So, das war es? Oder ist hier... Ah, da ist noch was. Zack. Sonde gestartet. Mehr Palladium. Zack. Abgebaut. Oh. Da war aber eben noch was. Zack. Sonde unterwegs. Zack. Schon 13.000. Hä, hatte ich gerade genauso viel Palladium wie Dings. Das war witzig. Okay, wir haben hier 80%. Ein Planet noch. Nämlich. Wie ist das? Wieso ist das? Das ist nur Nuss. Ponolus. Okay. Das sieht voll aus wie eine Nuss. Ganz komisch. Und wow. Iridium. Iridium kommt zu Papa. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Nicht Platin. Sonde unterwegs. Wo war das? Iridium 2. Hier. Ah. 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 So, da. Muss ich nach links oder rechts? Zack. Starte Sonde. So, ich kann mir auch das andere Abgeld kaufen. Ist das nicht fett? Oh. Oh. Schön hier geblieben. Sonde gestartet. Echt wieder ziemlich reich an Palladium. Starte Sonde. Da war ganz viel Platin. Sonde gestartet. Ey, wie die Zeit hier verrast, ey. Ein ganzer Part verschwendet. Nur für dumme Upgrades. Wie nenne ich die Parts überhaupt? Stink langweiliger Part? Sonde unterwegs. Äh. Keine Ahnung. Ich überlege mir was. Ist ja nichts, als wenn ich komplett einfallslos wäre. Sowohl doch. Hä? So, das war es aber auch. Zack. Bevor ich hier noch meine ganze Sonde verschwende. So, 100%. Jetzt können wir in die anderen Nebel noch fliegen. Sind das nur die zwei? Oder noch mehr? Oder noch mehr? Okay. Ich fliege mal zuerst in diesen Versteckten hier unten. Oh. Okay. Ach so, das ist auch so, wenn man rausfliegt, kommt man allgemein zu allen. Ach so, okay. Einmal zu. Zylinde. Äh. Zylinde. Hm. So. Drei Planeten. Das hält sich ja in Grenzen. Ich finde das auch geil, dass sie sich für jeden Planeten extra so ein Dings einfallen lassen haben, ey. Helme. Für jeden Planeten extra so ein... Im Orbit geortet. Oh. Alle Einheiten melden sich auf ihren Stationen für mögliches Anti-Invasionsprotokoll. Ich wiederhole, unidentifizierte Schöfe im Orbit geortet. Alle Einheiten melden sich auf ihren Stationen für mögliches Anti-Invasionsprotokoll. Ich wiederhole, unidentifizierte Schöfe im Orbit geortet. Alle Einheiten melden sich auf ihren Stationen für mögliches Anti-Invasionsprotokoll. Im Orbit geortet. Alle Einheiten melden sich auf ihren Stationen für mögliches Anti-Invasionsprotokoll. Ich wiederhole, unidentifizierte Schöfe im Orbit geortet. Eine Güte, ja. Ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Iridium? Scheiße auf die Anomalie. Ich check jetzt nicht, wie ich die abbaue, sag ich mal. Es wird immer wieder durch diese Anomalie unterbrochen. Nichts hält mich von meinem Plan-Ladium ab. Ha, ha, ha. Zack. Okay. Okay, das war's. Zack. Ist nicht wahr. Okay. Ach, sogar vier Plan- Ach, da ist noch ein versteckter Planeter. Oh, wie fies. Efo ist ein Gesteinsplanet. Okay. Efo. Ach, ich hab vergessen, Sonden zu kaufen. Ha. Shit. Okay. Okay, egal. Wir improvisieren. Okay, ich werde jetzt noch eben diese Planeten scannen. Die restlichen hier. Die restlichen drei gleich. Äh, zwei. Dann werden wir noch ganz schnell, glaube ich, das Upgrade da kaufen. Und dann war's das auch schon wieder für diesen Part. Hey, wo andert eben? Ihr wollt mich doch verarschen. Hä? Och, man. Och, man. Äh. Ich fange an zu weinen. Hä? Ich würde das halt scheiße. Egal. Äh. Es verschwindet immer sofort wieder. Starte Sonde. Oh nein. Äh. Oh. Entschuldigung. Ah, jetzt muss ich mal voll niesen. Hm. Sonde gestartet. Okay, und da unten ist noch ein paar... Äh. Iridium. Starte Sonde. Ich verstehe zwar nicht, wie die Sonden das abbauen. Und zu mir schicken, obwohl die Sonden da bleiben. Aber... Äh. Egal. Ah, Mann. Da war das viele Iridium. Da. Geht doch. Zack. Sonde gestartet. Okay. Aber was weiß ich was, Leute? Nächstes Mal geht's hier weiter. Ist schon so spät. Äh. Okay, Leute. Ähm, dann. Kommt mir noch ganz schnell das andere Upgrade. Och, ich bin wieder falsch gegangen, Mann. Hä? Hä? So. Noch das andere. Okay, das sind modulare Sonden. Bauen sie die bessere Norm in die. Bauen sie eine bessere Norm in die. Okay, zack. Äh. Kann mir noch das andere kaufen? Ah, cool. Und die gern Schild. Okay, die Schiffsverbesserung wäre, glaube ich, ganz egal, was auch immer raushauen. Sind ja noch die drei. Das geht dann. Das geht schnell. Oh, oh, shit. Äh. Ach, fördert 32.131 Plandienst zur Forschung. Hehe. Okay, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Das war eh nicht so wichtig. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht wichtig für das Überleben der anderen. Aber Brennstoffzellen, die wäre ich auf jeden Fall noch brauchen. Okay, ich könnte, glaube ich, schon anfangen, aber ich will eben auch noch ein paar Panzerungs-Upgrade zu machen. Alles klar. Kodex immer eben abchecken, ja. Und Leute, dann sehen wir uns hier genau wieder. Wenn wir wieder mal upgraden, just bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.